Die Rechtsprechenden, somit die Rechtsprechung, nimmt sich das Recht heraus, nach ihren Ermessen und eigener Vorstellung, das Gesetz zu gestalten, meistens zu ihren eigenen finanziellen Vorteilen. Dabei begehen sie eine Diktatur, denn sie grenzen die Bürger, die von der Gesetzgebung betroffen sind, an der Gesetzentscheidung teilzuhaben aus, denn sie treffen selbst diese Entscheidungen, obwohl das Volk ein Anrecht auf demokratisches Entscheidungsrecht haben sollte. Übergehen sie diese, sie selbst, somit die Rechtsprechung, wollen über die Menschen entscheiden, doch sich selbst wollen sie in ihren Entscheidungsrechten nicht bevormunden lassen. Zu anderen sprechen sie sich Sonderrechte zu, mit denen sie das gleiche Recht umgehen und die Bevölkerung bevormunden und entrechnen, in ihrem Recht auf gleiches Recht, somit den Entscheidungs- und Mitsprachrecht in allen Punkten der Gesetzgebung, von denen das Volk betroffen ist. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020